Kurz nach Berlin, Tag- und Nacht-Hochzeit, Paula flirtet fremd. Paula und Gio gelten als eines der Traumpaare bei Berlin, Tag und Nacht. Doch könnte ihre Ehe schon bald zerbrechen? Erst wenige Tage ist es her, seit sich Paula und Gio das Ja-Wort gegeben haben. Doch müssen wir uns jetzt schon sorgen um ihre Beziehung machen? Wie es in der Berlin-Tag-und-Nacht-Vorschau heißt. Der Grund, Paula wird in der Schnitte von einem attraktiven Kunden-Ausch flirtet. Kommen Paula Anfang Oktober Zweifel an ihrer Ehe. Dass Gio das mitbekommt, aber nicht eifersüchtig ist, verunsichert Paula extrem. Ist sie Gio etwa völlig egal? Oder glaubt er, dass sie für andere Männer nicht begehrenswert ist? BTN Paula hat Zweifel an Ehe mit Gio Paulas Zweifel wachsen. Von Gio Gio ermutigt, stellt sie Gio daher auf die Probe, und beginnt vor den Augen ihres Ehemanns mit einem fremden Typen zu flirten. Je länger sie darüber nachgerübelt. Auch jetzt scheint Gio nichts Schlimmes daran zu finden. Beta kann Paula nicht mehr an sich halten, sie konfrontiert Gio, der versucht, seine Gattin zu beruhigen. Erleichtert muss sich Paula eingestehen, dass sie wohl etwas übertrieben hat. Er vertraue Paula eben, so seine Erklärung. Erleichterung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020